Tschüss! ... weil er aus Manchester stand. Das ist die Freundin in Frankreich. Ich verstehe nix lang. Ja, Mensch ist Mensch, weil er aus Manchester kommt. Ja, ein Manchester-Hosen trägt. Aber auch Niesenhosen, die sind in... Nanananana... Es ist nie zu spät für eine Nietenhose. Ja, finde ich aus. Nicht zu spät. Hallo, Jürgen! Jürgen, wie bist du denn? Ich hab' noch nie gehört, ich hab' noch nie gehört, ich hab' noch nie gehört. Ach, wie ist das? Also, schüss. Wenn die Stimme, man kann hier von der Weste... ... und flöten. Oh, was für ein Geruchfüllinterview. Was ist das nur? Aha. 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 Der Abend wird's auch ganz anders sein können. Nämlich so. Fritisch! Bis am Abend. Tschüss. Vielen Dank.